was geht ab ihr geilen sauer und willkommen zurück zu call of the dead ones warfare multiplayer mit das nächste klassen setup und zwar von den juten alten robert da er sehe da sehe da ist robert da ist keine ahnung auf jeden fall wieder dass ich mit der asm 1 spiele das mache ich doch gerne mit der geilen sau hier aufsätze sollen sein schnell ziehgriff wo ist das ist schnell ziehgriff verbesserter drall ok verbesserte drei perks sollen seine leichtgewicht kugelsichere weste blinde 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 wahrscheinlich das hier blinderer und strahldämpfer killstreaks vorräte geschützt und raketenschlag das sagen ich upgrade die einfach mal hat da nichts geschrieben sind ja da oben links auch dass da nichts steht von wegen upgraden von daher upgrade ich die einfach mal für mich so hier zack 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 unterstützung geschützt nehmen wir dann noch 30 grad ist nice raketenschlag die primär raketen teilt sich in mehreren zielsucher raketen auf ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt haben wir nehmen wir fahrt das hier scheiß drauf so passt so team der match los geht's auf der map okay wir gewinnen grad 53 ist auch gerade erst los da ist ja kein schalte drauf stimmt ja da ist ja gar kein schalte drauf er hat mir ordentlich gegeben der kollege schon mal was machst du da in der ecke kollege finde ich aber gar nicht so schön hatte da machst du ja da kommt noch einer im sekundärwaffe habe ich keine schade naja auch gut kann man herunter ich hatte da wäre irgendwie so eine unsichtbare wand oder so eine scheiße alter wir haben die kontrolle wie einfach nicht dauernd geht er beziehungsweise ich einfach nicht treffe im noskop da so ein dreck juhu kill abgesnackt so muss das doch laufen nein jemand darum laser spacken unterwegs wieder wenn ich schon sowas wieder sehr mit seinen scheiß grüßen laser da wo ist der also irgendwie spiele ich gerade mit der a7 1 total kack oder die wurde genervt also ich weiß ja nicht ich glaube er hat zweiteres dass ich total scheiße einfach damit spiele grad da einfach nicht staunen geht der schluckt echt alles der kollege wir haben den vorteil errungen ist da jemand gerade durchgelaufen kann das sein das ist hat 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 er irgendwie und der steht da immer noch man 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 bis manche leute dauernd gehen er dort ist die arme manchmal das ist irgendwie immer richtig geil was macht er hier auch geil wir können ja hier wir spawnen wieder da vorne ok alles hat dieser laser spacken da ne ey man alter nice shot wie auch immer dass mich schon fast gewand scoped hat irgendwie gewand scoped ganz ehrlich der erste hat der hatte bestimmt getroffen mit meinen faustschlag aber irgendwie habe ich glaube ich auf sein schutzschild eingeschlagen ja scheckeschweder ich hab hier es nicht ich baller und baller und baller hit 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 aber irgendwie schießen die eimer und ich bin gleich ins down ich frage mich langsam wie die es machen alter guck ich schieße zuerst an der kommt bei mir gar nichts an und Hä? Wo ist denn da die Logik? Kapier ich nicht. Juhu. Raketenschlag. Ulle, ulle. Aha. Verbündete Drohne über uns. Machen wir mal Raketenschlag, ja. Äh, Niederlage, ja toll. Sektor clear, good game team. Alter. 14, 13, naja. Da kann man auf jeden Fall viel, viel mehr reißen, ey, mit der ASM1, aber irgendwie. Keine Ahnung. Ich schieße da auf den Gegner. Er schießt mich kurz an und ich bin instant tot, ey. Obwohl ich noch nicht mal ein bisschen Bloodyscreen gefressen habe. Also keine Ahnung. Ach, naja, naja, naja. Okay, bleiben wir halt einfach da drin. Ist ja nur noch 17 Sekunden hier. Ist auf jeden Fall eine andere Lobby. So viel ist schon mal sicher und nicht schon wieder das Sideshow, ey. Ich habe die ganze Zeit die Map schon, ey. Ich will nicht nochmal die Map. Ah, Sideshow, ey, 24-7, Alter. Ich bin da irgendwie nicht so begeistert von der Map, ich wesentlich. Ja, ich weiß, hat schon so leicht seine Ähnlichkeiten von Nooktown, so ganz leicht. Ist natürlich ein bisschen größer, wie ich finde, aber trotzdem. Ist nicht so meins. Boah, in Call of Duty Advanced Warfare, Nooktown wäre auch geil. Na ja, gucken wir mal, was wir jetzt erreißen können, so. Bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, wir laufen gleich zu hier und zu lang. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wir haben den Vorteil erhoben. Jetzt muss gar keiner irgendwie. Was macht er hier? Ist auch ein geiler Typ. Okay. Der musste scheinbar mal auf Klo, oder was? Deswegen war er auch mal im Klo und so. Weißt du, was? Ach, Mann. Na, du? Boah, der frisst, ey. Da ging er erstmal ein bisschen schneller. Ach, da vorne ist schon wieder einer, ey. Da vorne sind sie irgendwie seit neuesten richtig gerne, ey. Ach, da ist ein Gegner, wusstest du? Alter. Oh, Mann, ey. Weißt du, wenn ich da bin, ne? Wenn ich da bin, dann ist er natürlich tot, ne? Ist immer so. Ach, Mann, ey. Ich hitte und hit und hit und kein Kill. Na, der Toilette! Ach, der hatte Sniper, war früher genau. Toll. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Alter, ey. Allein sein Movement. Schön am ducken, ey. Die alte Flachpfeife, die... Boah, Alter. Hat der geschluckt. Wollte schon sagen, ey, wenn das jetzt hier nicht gleich ein normaler One-Hit ist, dann wäre das ein bisschen komisch. Assi, 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 assi. Toll, 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 toll. Ja, bockst mich halt um, ist okay, Mann. Da ist ja noch einer, oder? Das sah ein bisschen lustig aus. Muss ich ja mal sagen. Da kommt noch einer. Alter. Geh halt einfach mal down. Mann, Mann, Mann. Guck mal, er hier. Denkt auch, er wäre ein Battlefield, ey. Irgendwann hinlegen und dann snipern, Alter. Manche halten aus, ey. Da denkst du dir, Alter, what the fuck, ey. Wie viel schluckst du denn noch, ey? Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, 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 ja. Alter, fuck you, ey. Ganz ehrlich, ey. Er ist ja immer noch hier. Oh, hier kann man rein, wusste ich gar nicht. Ist ja cool. Was macht er hier? Auch ein geiler Typ. So, übernehme mal kurz. Yeah. Clear gemacht. Wunderbar. Oh, mein Geschütz räumt auf. Wuhu. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. So, ladies and gentlemen. We are in the Goliath. Ho, ho, ho. Motherfuckers. Alter. Ja, der war mal down, Herr Kollege. Ach, Mann. Ey, Mann, ey, bleib halt im Gebäude. Da ist okay, Mann. Oh, Mann, ey, warum muss denn die Karre da jetzt hochgehen, ey? Ich hätte den Kildern auch gemacht. Aber nein. Aber nein. Nee, nee. Ne, Asidro, wunderbar. Wie ich einfach nach oben zurück die ganze Zeit, ey. Hm, hm, hm. Bein Ernst? Ey, irgendwie wurde die ASM1 ohne Witz, glaube ich, genervt, ey. Ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Die schießt irgendwie total kacke, ey. Seit neuestem. Die ist nicht mehr so präzise, glaube ich. Oder der Schaden wurde auch einfach mal reduziert, glaube ich. Irgendwas wurde da auf jeden Fall mitgemacht. Glaube ich jedenfalls. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Irgendwie, ich weiß nicht. Oder ich stelle mich einfach wirklich gerade einfach so hart-bobomäßig an, wie es nur geht. Aber irgendwie fressen die Gegner einfach so viele Schüsse von der ASM1, was eigentlich nicht mal normal ist. Und was macht der hier? Wunderbar. Wunderbar. 25 für 11 dafür immerhin noch. Ja. Immerhin. Rasta aus. Gut, damit werde ich erst mal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of the Dead. War uns mal vermult. Bleiben wir da. Haut rein, ihr Ficker.